Harry, vielen lieben Dank für deinen Sub. Schreib mich doch nicht so an, Mann. Die feinste Rüstung. Nur für dich. Ich dank dir vielmals. Hast du dich erschrocken, oder was? Na klar. Ey, vielen Dank. Alter. Bist du im Keller? Ja. Entschuldigung. Ach, eins noch in eigener Sache, liebe Freunde, wo ihr gerade zuguckt. Wenn ihr ab und zu mal TikTok verfolgt oder so, könnt ihr auch gerne mal da vorbeischauen. Einfach Sergeant Gunshot eingeben. Da bin ich auch vertreten mit ein paar Clips, ein paar guten Sachen. Und könnt ihr mal einfach ein Like da lassen, wenn ihr Bock habt, beziehungsweise unter den Videos. Wenn es euch denn gefällt. Zu spät für ne Lebensversicherung. Auf der Map Schrotflinte. Ja, ich muss. Äh, Scuffs töten. Deswegen mit der Schrotflinte. Also aussuchen tue ich mir das nicht. Das war kein Scuff. Ja, Reiking. Aber deswegen lass ich ihn nicht leben. Hahaha. Das war ja gut. UN-Roadblock. Deswegen werde ich hier jetzt auch nicht weiter lang gehen. Scheiße. Jetzt hat der mir auch einen Scuff geklaut. Was ist denn mit den Leuten los? Oh. Ja, moin. Ich wollte ein Eisbär sein. Im kalten Polar. Da müsste ich nicht mehr schreien. Alles wär so klar. Ausbeeren müssen. Nie weinen. Ach, guck doch mal, was ich hier habe. Bitteschön. 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 Hast du den schon, oder? So Bist du mit Du hättest bloß gebückt, passt auf Ich weh doch Hui, Schüsse auf mich, Sniper Ich hab keine Ahnung von wo Wirklich null Von hinter mir Sniper? Jaha, Alter ich werd getroffen Oben vom Berg Von welchem Berg? Hier von der Mitte Granate zu mir Noch ne Granate zu mir Ich bin tot Zwei Stück da oben drauf Auf dem Berg Hier ist noch was Hier sneakt noch irgendwer Paroqui Mit der Moose Mit der Moose So, die anderen haben wir da drüben erschossen Wo ist der In der Nähe So ist das Das Drei Drei Das war's für heute. Ja, ja, ich weiß. Uff. Gut. Dann gehe ich hier aber gleich zum Ausgang. Ja, Mensch. Die Perücke hat richtig Glück gebracht, Mensch. Und der Gesang auch. Ich glaube, ich muss das jetzt immer machen. Oder? So, da bin ich wieder ohne Haare. Am besten da das Screen mache ich mir auf jeden Fall einen Kaffee.